Herr Schieners, die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten und Passagierdatensätze, die die Bewegungen und die privaten Telekommunikationen der Bevölkerung überwachen sollen, schaffen ein ungewöhnliches Gefühl bei der Bevölkerung. Man hat das Gefühl, nicht mehr frei zu sein, sich nicht frei verständigen und bewegen zu können. Dabei ist dieses Gefühl wesentlich für das Freiheitsgefühl in unserer Gesellschaft. Der EuGH hat bereits zweimal geurteilt, dass die Überwachung der Telekommunikationsdaten von Bürgern, bei denen keinerlei Verbindung zur Kriminalität hergestellt werden kann, über das Ziel hinaus schießen. Also Bürger, die keine Verbindung mit der Kriminalität haben, könnten sich dazu verpflichten, dass deren Telekommunikationsdaten nicht mehr erfasst werden und gäbe es nicht die Möglichkeit eines Moratoriums für diese Massenspeicherung von Daten. Werden Sie außerdem den Druck des Rates oder die Initiative des Rates für eine neue Initiative zur Datenspeicherung des Rates zurückweisen? Es war auch die Rede von Reisedaten in diesem Zusammenhang. Bitteschön, Sie haben zwei Minuten Zeit für Ihre Antwort. Herr Breyer, mir ist bewusst, wie heikel das Thema der Datenspeicherung ist, auch und gerade für Ihre Fraktion, aber auch darüber hinaus. Und ich kann Ihnen da auch weitgehend beipflichten und habe ein ähnliches Empfinden, wie Sie als früherer EU-Beamter, habe ich immer großen Respekt gehabt für die Urteile des EuGH. Und was der EuGH uns hier vorgegeben hat, muss mit großer Sorgfalt respektiert werden. Es gibt Grenzen, die der Gerichtshof gesetzt hat. Ich glaube nicht, dass diese überschritten werden. Die Kommission wird die Situation auch nach diesen Urteilen weiter evaluieren und diese Urteile natürlich mit einbeziehen in die Evaluierung. Aber ich weiß, dass es zahlreiche andere Urteile gibt, die noch anhängig sind. Ich habe mit den Dienststellen darüber gesprochen, die mir zu verstehen gegeben haben, dass sie gerne die Urteile in diesen angenehmigen Verfahren abwarten würden, bevor Konsequenzen gezogen werden. Und was Ihre allgemeineren Fragen angeht, habe ich schon mehrfach gesagt, dass die Europäische Union im Bereich Datenschutz wirklich eine Vorreiterrolle weltweit einnimmt. Wir sind der Staatenblock, der den Bürgern die weitreichendsten Garantien diesbezüglich gibt. Und es gibt ein Prinzip, das überall zur Anwendung kommen muss, nämlich die Zustimmung des Einzelnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Prinzip in manchen Bereichen unserer Politik verletzen, während wir es in anderen respektieren. Das gehört auch zu der europäischen Lebensart, jedenfalls für mich. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Breyer, möchten Sie nachhaken? Für eine Minute, bitte. Danke für Ihre Antwort. Die Achtung der Rechtsurteile des EuGH ist das eine. Aber eine politische Entscheidung dahingehend, dass diese Prinzipien auf andere Datenschweicherungsverfahren Anwendungen findet, das ist etwas anderes. Deswegen ist meine Frage, würden Sie als allgemeines Prinzip akzeptieren, dass dies nicht flächendeckend zur Anwendung kommen sollte? Das ist das eine. Zum anderen sagten Sie, dass ein Gleichgewicht gefunden werden muss zwischen dem Recht auf Sicherheit und dem Recht auf Privatsphäre. Aber es gibt kein Menschenrecht auf Sicherheit vor Kriminalität. Das steht nicht in der Charta der Grundrechte. Wie können wir Ihnen vertrauen, wenn Sie diese Grundrechte missverstehen in diesem Maße? Also dieses Recht auf Sicherheit, das bereitet uns große Sorge, dieser Ausdruck. Herr Sinas, eine Minute für Ihre Antwort. Zum ersten Teil Ihrer Frage würde ich sagen, dass die beste Möglichkeit, Ihren Ängsten zu begegnen, Wohl in der Zusammenarbeit mit Kommissarinnen Gabriel und Johansson liegt, aber auch die Gesetzesvorlage über digitale Dienstleistungen von Frau Kommissarin Vestaker und Goulart. Hier muss das Element Sicherheit mit hereingebracht werden. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt im Widerspruch zueinander steht oder ein Nullsummenspiel sein muss. Ich glaube, dass bestimmte Bedenken hier ausgeräumt werden können mit einer Zusage, dass Grundrechte hier das zugrunde liegende Element sein müssen. Sicherheit ohne Grundrechte gibt es nicht. Und Grundrechte sollten bisher nicht als eine Art Folgeabschätzungselement angesehen werden, wo wir dann am Ende mal gucken, ob das zusammenpasst. Sondern es muss von vornherein mit eingearbeitet werden. Wohlwohls-Wohlwohls-Wohlwohl. Wohlwohls-Wohl.